Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich euch heute die neuesten Infos zum neuen Nook-Punkte-Feature mitteilen möchte, welches nun vor ein paar Minuten von Nintendo veröffentlicht wurde. Vorab möchtet ihr noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Mit dem neuen Nook-Punkte-Feature, welches wir ab heute in der Nook-Link-App finden können, welche wiederum Teil der Nintendo Switch Online App ist, können wir ab jetzt täglich Nook-Punkte sammeln. Um genau zu sein, sind es 10 Punkte pro Tag, welche wir dann wiederum gegen exklusive In-Game-Items eintauschen können. Um uns unsere täglichen Punkte nun zu sichern, diese werden uns nämlich nicht jeden Tag einfach durchs Öffnen der App zugeschrieben, müssen wir zunächst in die Nook-Link-App rein und dann auf Nook-Punkte klicken. Anschließend drücken wir dann auf den Button Gib mir Nook-Punkte, um unsere 10 Punkte inklusive einer Weisheit des Tages von Smeralda abzuholen. Um nun unsere gerade frisch abgeholten Punkte auch eintauschen zu können, klicken wir dann einfach oben links auf den Button gegen Items eintauschen. Hier werden uns nun alle aktuellen Nook-Punkte-Items angezeigt, bei welchen es sich insgesamt um 6 Stück handelt. Im Einzelnen handelt es sich bei den Items um das Nook-Ink-Poster, das Nook-Ink-Türschild, die Animal Crossing-Tasche, sowie um ein Foto von Nepp und Schlepp, ein Foto von Melinda und zu guter Letzt um ein Foto von Tom Nook höchstpersönlich. Die Items kosten teilweise unterschiedlich viele Punkte, bedeutet, um an die dann doch sehr begehrten Fotos heranzukommen, müssen wir ein wenig sparen. Jedoch können wir uns bereits heute schon eines der exklusiven Items leisten, bei welchen es sich um das Nook-Ink-Poster handelt. Dieses habe ich mir auch direkt bestellt und, ja was soll ich sagen, bereits einige Sekunden später konnte ich dieses in meinem Briefkasten abholen, was schon ziemlich cool ist. Jedoch musste ich auch relativ schnell feststellen, dass die Items zwar wie jedes andere Item auch katalogisiert werden können, jedoch dann nicht nachbestellbar sind, was aber denke ich auch zu erwarten war. Ansonsten waren das so ziemlich alle neuen Infos zu dem neuen Nook-Punkte-Feature und dementsprechend auch zu den neuen Nook-Punkte-Items. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier in Zukunft noch weitere coole Items sehen werden und bin mal gespannt, was da die Zukunft noch so bringen wird. Schreibt mir auch gerne euer Favorite Nook-Punkte-Item in die Comments. Ich selbst muss sagen, findet das Türschild sowie die Switchtasche schon ziemlich cool. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat mein kleines Video zu dem neuen Nook-Punkte-Feature ein wenig geholfen oder eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Dann sehen wir uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao!